Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Battlefield 4 mit dem Marley. Die erste? War das nicht schon die fünfte oder so? Ja. Auf dem Server war die erste. Alles klar. Naja auf dem Server, auf dem Kanal mein ich. Und der Marley tritt gerade noch bei. Ich laufe hier schon ein bisschen. Ich probiere die neue Waffe aus, wovon ich den Namen schon wieder vergessen habe, weißt du nicht? Üblich für dich. Ich hoffe mal, dass du jetzt erstmal reinkommst. Das Problem kennen wir ja schon. Hehehehe. Versucht ja wieder witzig zu sein vor Publikum hier. Nö, das Problem kennen wir wirklich schon. Das war ja früher auch schon. Ja klar. Und wenn du nicht aufnimmst, dann kriegst du mir immer den Arsch. Du Heimscheißer. Jetzt mach hin, ey. Hast du das? Auf den SSD. Ja. Ja. Dann kriegst du mir doch noch die und hier bitte krank. Er labert irgendwas schon wegen Speichersassen, die so geproversiert. Was will der von mir? Das war jetzt ein bisschen lubig, mit dem Raketenreffer da reinzuschießen, aber wenn ich schon die Klasse habe, so was ist es. Wo ist das? Spielen und ein bisschen leiser machen, wenn die Klasse wieder in den Griff werden. Einsatz von Charlie vor der Aufwand. Oh, das ist doch eine komische Waffe. Die Grootzaf hier ist. Nichts. Aufwand. Ahem. Und da ist er. Aufwand. Das ist so mega nützlich das hier machen. Neues, oder? Was? Neues, oder? Naja. War vor, wenn ich gleich online komme. Ein Kill, 88 Tote. Wenn du online kommst. Ja, ich glaube es funktioniert jetzt. Du glaubst. Connecting. Hm, dann nehme ich mal hier. Gesundheit. Stärker? Nee. Kann ich auch gar nicht, warum auch immer. Achso, weil ich noch kein Visier drauf habe. Richtig, 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 richtig. Kann das sein, dass du sogar einen vernext hast? Eigentlich nicht. Mach mal gucken. Ich habe einen normalen Pink. Ja, das stimmt. Ich kann dir was von meiner Munition abgeben. Jetzt lädt er bei mir das Level. Komm, mach den. Na hin. Ja, geht doch. Ich habe deine Hand. Ich hab deine Hand. Stehe ich nur meine Maus nicht. So lass jetzt. So. Er ist am Laden. So. So. Ich hasse diese Waxe mal eigentlich wieder belegen. So. Ich sag schon mal so, ich werde verlieren. Nichts Neues. Ich kenne den Camperplatz da hinten schon. Das ist wieder keiner von uns draußen. So. 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 Da haben wir noch gar nicht hier gespielt. Du warst sogar bei meinem Squad drin. Krass. Na ja. Du hast ja bis jetzt nur noch einen Hal-Hal-Hal-Hal. Ne? Hal-Hal-Hal-Hal-Hal. Du hast ja bis jetzt nur Schandal gespielt. Yep. Ich habe die Steuerung völlig vergessen. Ich habe keine Waffe. Wieso habe ich keine Waffe? Ähm. Ich habe keine Waffe. Was soll das? Wahrscheinlich ein Spawner. Cool. Ah, jetzt. Muss man nicht in Eins und Zwei drücken. Ah, jetzt. Na ja, habe ich. Habe jetzt schon. Ja, jetzt muss man einfach nehmen. Sehr gut. Wie lauf ich denn nochmal? Ah, hier. Boah, ich sehe nichts. Musik ausmachen. Die Lenkung nicht so ab. Ja. Ja. Ich treffe gerade gar nichts. Seit zwei Monaten glaube ich. Ich habe nicht mehr gespielt. Haha. Ausreden suchen. Wir verlieren D. Was? Und C. Sehr gut. Ich lauf mal zu C zurück. Oh nein. Hinter uns. Achtung, wir haben Einsatzziel Charlie verloren. Greif das Einsatzziel an. Los, los, los! Wir haben Ziel verloren. Ja, ich lauf oben rum zu C. Da sind aber auch schon welche von uns. Ich denke, dass auch welche Richtung B gelaufen sind. Westlich deiner Position ist feindlicher FG-Schütze. C wird wieder uns. Einsatzziel Charlie ist unter unserer Kontrolle. Konzentriert euch darauf, dieses Einsatzziel zu verteidigen. auf der anderen Seite. Oh, ich hab meinen Dicke Sniper gefunden. Ich hab meinen Dicke Sniper gefunden. Hä. Dööö Das ist ja total spannend, das Rennen Ja schon, ne? Boah Boah, boah, der war geil Aber die kommen jetzt von draußen und rennen Richtung C Also du kannst da jetzt gut Sniper Wo denn? Ich weiß nicht mal wo du hier bist Die kommen jetzt hier von links Ja Da ist ein feindlicher Scharfschütze, westlich deiner Stellung Ne, da ist welche von uns Oder einer zumindest Ja, aber da hinten ist irgendwas Ein Mörser Sichtkontakt, MG Schütze westlich von dir Das ist so langweilig, wenn das eigene Team so alle zurück hält Ich glaube, die machen das hier daraus Das ist so langweilig, wie du hier bist Ja, da ist dein Mörser Ja, da ist dein Mörser Ja, da ist dein Mörser Links Bei E E wird auch gerade eingenommen Fängt gleich E wieder an zu fliegen Und hier kommt das Medikind von dir Lauf nach D Lauf nach D Ja, draußen laufen auch welche Lauf, die Schlampe, lauf Du, die Schlampe Guck du oben, ich guck unten Ok Mein C ist auch ich Will er runter? Erstmal hier D irgendwie hinkriegen Unten ist keiner bei D Hallo Hallo Jo, sehe ich B wird eingenommen C auf Oh mein Gott Oh mein Gott Da sind alle draußen, in der bestimmt auf dem Spawnbank stehen B Lauf, Schlampe, lauf Alter, wie schlecht ich geschossen hab, das ist nicht Normal Warte, ich hab nur ne Pistol, Alter Ja Oh, Scheiß, du Bonnate Wichser Jetzt will ich erstmal an das scheiß Spiel wieder irgendwo gehen Achtung, wir haben Einsatzziel Alpha verloren Ja, das ist ja Wichser Boah, nicht einmal getroffen, ey Mein Gott, ist das peinlich Der stand da ruhig und ich hab ihn nicht getroffen mit 31 Schuss Ich hab ihn von unter sich Ich hab einen von unter sich Ich hab einen von unter sich Scheiße, einer von uns tausendmalen Wir kontrollieren jetzt Einsatzziel Alpha Höchner Jetzt deine erste Hilfe Fluchte Scheiße, wann am Boden Die erste Hilfe ist unter dir Achtung, vielleicht liegt eine Granate Eine Granate Achtung, Einsatzziel Bravo wurde neutralisiert Da ist dein Medikin Wir müssen ein bisschen mehr reden, glaub ich Da ist ein feindlicher Scheiße Ja, dann hauen wir rein Ich bin immer noch müde Tch Ja, der Nick ist ja ein bisschen müde Der hat gestern zu viel gefeiert Ja, ja Ja, sieht jetzt hilf Ich muss mal Red Bull gleich mal trinken Dann geht's mir immer besser Da ist die Hilfe mir gar nicht mehr Ich hab das noch nie getrunken Ich weiß nicht warum Wenn, dann hab ich manchmal so Monster getrunken Aber ich möchte die eigentlich nie Ui Da ist dein Medikin los Dann schläf ich aber wohl Vielleicht werd ich ja red bullsüchtig Stimmt Oh, hier läuft Wasser aus der Decke Ich geh mal duschen, ne? Ohne mich Komm her Da bist du Da wird auch eingenommen Ja Da lauf ich auch gerade hin Ich bin aufm rückweg duschen Ich bin aufm rückweg duschen Machen wir Dann wird es sein überleben Mali ist tot in 3 2 1 Boot Schade Muss nur ein paar mehr sein Wenn das so schnell eingenommen wurde Ja, die campen zu viert an einer Ecke, alter Die laufen jetzt bestimmt hier außen rum Der ist zurück in der Mitte Mein Name ist echt? Ich weiß Ich weiß nicht, ob ich hier rein gehen soll, wenn man da nichts sieht Ich bin hinter dir Oben ist einer Ich geh hinten rum nach oben Die erste Hilfe ist unter dir, stimmt Wir suchen vorne Ja Ja, der steht da immer noch Gut Hast du? Ja Sauber Wow Das ist geil, wir waren Wir sind schon zu zweit und können uns schon so ein bisschen absprechen Ja Das konnte ich noch nie machen in Battlefield 4 Nur in Battlefield 3 hatte ich mal so einen kleinen Clan Da sind Leute, ach du Da ist einer Ab ihn Der Sniper ist auch noch hier Aua Ich werd' angestupst, Alter Wieso jetzt mitten im Game Oh mein Gott Ja, tot War klar Nein, ich hab's gesehen Ich flieg dabei immer auf den Desktop Ich hasse das Vor allem steht ja noch Aufnahme nicht stören Ich hab die jetzt nicht wieder belebt, weil der Sniper da steht Er hat sich versteckt Er hat sich versteckt Gehst du hier rechts raus, ich geh hier links rum Jo Ich kann ihn messern, warte Gemessert Ich hab's noch gesehen Hol dir das Medike Sah gut aus So, B ist eingenommen worden Mh Das muss ich jetzt nochmal drücken Du hast mich ja wieder belebt Die Ertaste glaub ich Steht ja ja da links Dann bräuchte Das bräuchte Mausklick hab ich gemacht Aber egal Ich bin jetzt neu denkens Bis auf, da sind welche Rechts da auch noch einer Ja Hier ist deine Erste Hilfe Mann Oder kommt zumindest grad ein Schuss raus Oder kommt zumindest grad ein Schuss raus Ich brauche bringen Munition Oh He 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 Ich hab' ja vorher nicht gesehen den Sniper Den wir garantiert noch eine Spawn-Wake oder sowas stehen Ich Einsatzziel Bravo ist jetzt unter unserer Befahrt Das geht ja nicht mehr lange Ich hab' nicht Kontakt zu einem feindlichen Entschutz Benz dich deiner aktuellen Position Ich hoffe die zweite Folge Wow So viel war das denn, Alter? Ich hab' mich selber umgebracht Ich schieße immer einmal auf diese Explosionskästen Damit die nach mir explodieren Manchmal treffe ich da einen dicken Gegner Und wenn der hinter mir herrennt Und jetzt hab' ich ein bisschen zu oft drauf geschossen Na gut, das war's mit dem nicht spannend War gut aus Drück vor mir bist du Hätt' ich jetzt mal aufgenommen Das wär' geil Ah ja Ich hoffe trotzdem Nächste Folge wird's Spannender von uns aus Und in dem Spiel Guck' man sich die Punkte an Oh, fast ein Mechaniker-Update bekommen Jetzt verbriert das noch mein Handy Na toll Oh, eine Nachricht bekommen, dass mein Red Bull im Kühlschrank steht Pfff, sehr freundlich So, wir bedanken uns fürs Zuschauen Bis zur nächsten Folge Auf Wiedersehen Ciao, ciao 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 Ciao